Warum will mich niemand? Warum liebt mich niemand? Warum will niemand eine ernsthafte Beziehung mit mir eingehen oder sich wirklich mit mir binden? Das sind Fragen, die stellen sich wirklich ganz viele da draußen und haben häufig das Problem, dass sie jemanden kennenlernen, der danach dann aber sowas sagt wie, du bist ja wirklich echt eine tolle Frau, du hast einen super Charakter, aber ich kann keine Beziehung mit ihr eingehen, oder? Aber meine Gefühle reichen leider nicht für dich. Oder aber ich glaube, ich bin nicht der richtige Mann für dich. Ganz, ganz häufig passiert das und das ist natürlich wahnsinnig verletzend, wenn man sich ganz lange auf jemanden einlässt oder vielleicht auch wirklich verliebt ist, schon nach kurzer Zeit und danach kommt dann sowas wie dieser Korb und man denkt sich so, wow, ja toll, jetzt habe ich mir wieder Mühe gegeben, wieder jemanden kennengelernt, jemanden, der so toll ist und dann wird das wieder nichts. Warum, verdammt nochmal, kann sich keiner für mich entscheiden oder warum liebt mich keiner so wie ich bin oder warum interessiert sich niemand wirklich für mich? Das sind natürlich Fragen, die ich dir heute beantworten möchte. Ich möchte dir helfen und dir sagen, warum es sein kann, dass ein Mann sich nicht für dich entscheiden möchte, warum er sich vielleicht nicht mit dir binden will und was dahinter stecken kann. Denn häufig fängt das Ganze natürlich bei uns an. Ganz, ganz viele machen den Fehler, wenn sie dann sowas hören, dass sie sich erstmal fragen, so und was fehlt mir jetzt? Was kann ich im Außen noch verändern? Was kann ich hier noch irgendwie an mir verändern, damit der Mann mich wirklich, ja, attraktiver findet oder mir letztendlich doch nochmal eine Chance gibt, ne? Dann vergleicht man sich mit anderen Frauen, fängt an mit noch mehr Sport, ändert seine Ernährung oder, oder, oder. Also die Frau sucht häufig immer im Außen oder in ihrem Körper Gründe dafür, warum der Mann jetzt letztendlich sich nicht für sie entschieden hat, ne? Und dann fängt das immer an, bin ich nicht hübsch genug, bin ich nicht schön genug, dies und jenes. Aber warum ein Mann sich letztendlich nicht für dich interessiert, hat noch ganz, ganz andere Gründe und auch tiefere Gründe letztendlich. Wenn dir das schon häufiger begegnet ist oder auch schon in der Vergangenheit häufiger mal vorgekommen ist, dass ein Mann dir irgendwie Feedback gegeben hat, so nach dem Motto, ich kann mich nicht für dich entscheiden oder es reicht nicht für eine Beziehung, solltest du wirklich darüber nachdenken, woher kann das kommen? Denn letztendlich kann es sein, dass du das ausstrahlst, dass du diesen Mangel an Liebe, den du in dir trägst, ausstrahlst. Dass du zwanghaft jemanden suchst, der dein Loch füllt, der dich ja so, wie du eben bist, anfangen soll zu lieben, damit du dich selber wieder voller fühlst. Ich finde es schwer, ein Wort zu beschreiben, aber ganz viele Frauen da draußen haben eine Lehre in sich und versuchen diese Lehre durch einen Mann zu füllen. Und dieser Mann muss dann die Frau natürlich sofort lieben, ihr alles geben, das geben, was sie eben aus sich selber nicht schöpfen kann. Und das führt letztendlich dazu, dass die Frau hohe Erwartungen hat. Der Mann muss sich sofort melden, der Mann muss dies, der Mann muss jenes. Wenn er sich mal nicht sofort meldet, dann gehen sofort Alarmglocken an und sofort guckt man, oh nein, was habe ich denn falsch gemacht und fragt sofort, was machst du, was tust du, hast du Zeit, wie geht's dir? Und das kommt beim Mann sehr nervig rüber. Also dieses Klammern wollen, dieses schnell den Mann rein in den Sack und zu den Sack und fertig, das spürt ein Mann. Ein Mann spürt, welche Intention du hast, ob du einen Mangel aus Liebe in dir trägst oder ob du wirklich eine Frau bist, die selbstbewusst ist, voller Selbstliebe dahergeht oder eben ob du dich daten möchtest, weil dir irgendwas im Inneren fehlt, was du im Außen suchst. Also Männer spüren das und wenn du dann beispielsweise diesen Mangel in dir trägst und der Mann spürt das und geht einen Schritt zurück, passiert Folgendes, du klammerst natürlich noch mehr. Und was passiert dann? Dann kriegst du Feedback vom Mann, irgendwie sowas wie, du nimmst mir die Luft zum Atmen oder irgendwie wird mir das gerade zu viel oder ich brauche mehr Zeit oder, oder, oder. Also das ist ein ewiger Teufelskreis, der da entsteht, wenn du in dir noch nicht die Liebe selbst geschöpft hast, die du eigentlich haben solltest, bevor du daten gehst. Und woher kann das jetzt nun kommen, dass du diesen Mangel in dir trägst und woher kommt es, dass du aus Leere heraus datest und nicht aus der Fülle heraus? Denn es ist letztendlich nicht normal, dass man aus der Leere heraus daten sollte, sondern man sollte wirklich daten, wenn man voller Liebe ist und total viel zu geben, aber auch zu nehmen hat. Also wichtig da, woher kann das Loch in dir kommen? Aus negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit beispielsweise. Also wenn du da immer wieder verletzt worden bist, dass du jetzt endlich jemanden suchst, der dir das gibt, was du letztendlich möchtest. Dass du dann auf einmal anfängst, das alles so ungeduldig anzugehen. Irgendwie, du wurdest häufig in der Vergangenheit verletzt und jetzt muss es jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Wenn du in der Kindheit vielleicht nicht genügend Liebe bekommst von Mutter oder Vater, dass du dann quasi das Spielchen jetzt weiterspielst und unbedingt diese Liebe woanders herholen möchtest, weil dir das halt in der Kindheit gefehlt hat und dir das selber auch nicht geben kannst. Auch ein wichtiger Punkt, der sein kann. Und natürlich heraus aus dem, ja, aus dem mangelnden Selbstwertgefühl, dass du vielleicht deinen Körper gar nicht so annehmen kannst, wie er eben ist. Dass du dich selber nicht so wohlfühlst in deiner Haut, hier und da irgendwie nicht ganz zufrieden bist. Und das ist ja auch ein Mangel an Selbstliebe. Und das kannst du auch wieder ausstrahlen. Und wenn dann ein Mann auf dich zukommt, denkst du, oh, das ist jetzt der Jackpot, den muss ich jetzt haben. Ansonsten wird das nichts für mich. Immer diesen Druck dahinter zu haben. Jetzt muss aber, jetzt, jetzt und er und er und er. Und dieses Gefühl kann letztendlich dazu führen, dass du das ausstrahlst. Denn der andere spürt natürlich unterbewusst, was du denkst, wie du fühlst, wie du handelst, ohne dass du es aussprichst. Er weiß ganz genau, aus welcher Intention heraus du jetzt daten gehst. Und wichtig da, wenn dein Mann dir das dann spiegelt und sagt, hey, du klammerst oder es ist mir zu viel oder es ist mir echt ein bisschen too much und nervig. Dann musst du einen Gang zurückschalten und erstmal in dich schauen und dich fragen, woher kommt das, dass ich so ungeduldig bin, so immens nach vorne presche. Warum nehme ich dem anderen die Luft zu atmen? Warum kann ich nicht diese Ruhe in mir haben? Und ja, die Ruhe in dir findest du letztendlich, wenn du dich selber liebst, akzeptierst, wie du bist. Wenn du genügend Liebe in deinem Leben hast, auch ohne Partner. Und wenn du aus Fülle und nicht aus Mangelndaten gehst, ganz wichtig, weil der Mangel, wie gesagt, erschafft nur noch mehr Mangel in deinem Leben. Und ja, gleiches sieht gleiches an, also das Gleiche erschafft noch mehr davon. Also wenn du mit Mangelndaten gehst, kriegst du noch mehr Mangel zurück, nämlich einen Mann, der dir nicht sagen kann, dass er dich liebt beispielsweise. Und wichtig da auch, du musst dir ja auch selber erstmal sagen können, dass du dich liebst, bevor du es von jemand anderem verlangst. Das ist ganz, ganz wichtig. Also fang bei dir an. Fang bei dir an, denn da liegen letztendlich auch alle Antworten, die du brauchst, um glücklich zu werden. Denn dich wird man lieben, dich kann man lieben. Aber erstmal solltest du dich und deine Vergangenheit aufräumen, damit du dich selber lieben kannst, selber von dir aus sagen kannst, hey, ich bin eine tolle, attraktive Frau und ich habe mir einen tollen, attraktiven Mann an meiner Seite verdient. Denn häufig ist es dann auch so, wenn man dann im Mangelndaten geht und denkt, oh mein Gott, das muss jetzt der sein, der mit mir durch dick und dünn geht und so weiter, dass man auch viel zu viel durchgehen lässt. Dann kann es sein, dass du Männern eine Chance gibst, die es gar nicht verdient haben. Solchen Playern beispielsweise. Denn mit Playern oder so brauchst du gar nicht erst anfangen, überhaupt in eine Beziehung zu gehen. Es hat gar keinen Sinn. Also da schon vorher Grenzen setzen, nein sagen und sagen nein, wenn du merkst, es ist keine wahre Liebe da oder dieser Mann, der benutzt dich nur. Du musst viel schneller agieren, viel schneller, mit sehr viel mehr Respekt vor dir selber. Denn wenn du dir diesen Respekt nicht selber gibst, wie sollst du ihn dann im Außen ernten und einen Mann finden, der dir respektvoll sagen kann, hey, ich möchte mit dir zusammen sein, hey, du bist toll, lass uns gemeinsam da und da dran arbeiten. Das kannst du letztendlich nur finden, wenn du da auch bei dir beginnst. Du musst dich selbst nehmen, du musst den Respekt vor dir selber haben, darfst nicht alles mit dir machen lassen und nicht immer nur denken, dass es was mit deinem Körper zu tun hat oder dass du nicht gut genug bist oder andere Frauen irgendwie besser sind. Diese blöden Glaubenssätze, die du dir dann selber so einredest, diese Gedanken, die du dir selber einredest, ich bin nicht gut genug, andere sind besser, will ja eh gerne eine Beziehung mit mir, Männer sind eh alle blöd. Wenn du dir sowas sagst, das ist grauenhaft schrecklich, damit sabotierst du dir die Liebe erst recht. Denn solche Sätze, wenn du sie denkst und auch aussprichst, dann hast du verloren, dann hast du wirklich verloren. Denn das implementiert, dass du letztendlich daran glaubst, dass es nicht besser werden kann. Und wenn du schon nicht daran glaubst, dass es besser werden kann, wie soll es dann bitte besser werden? Wunder können nur passieren, wenn du anfängst, an Wunder zu glauben und auch Veränderung und Verbesserung in deinem Liebesleben kann nur eintreten, wenn du selber daran glaubst. Weil wenn du nicht daran glaubst, wie soll dir das jemand beweisen, wie soll dich jemand aus dieser Situation, ich sage mal, retten. Also wichtig, du musst selber den Weg daraus finden und den Mut haben zu sagen, ja, ich verändere jetzt was und ich merke, ja, stimmt, ich habe ein fehlendes Selbstwertgefühl, ich habe nicht genügend Liebe in mir, ich kann mir die Liebe auch nicht selber geben. Stimmt hier und da hatte ich bestimmt noch etwas nicht verarbeitet. Dann gehe ich jetzt mal los und arbeite an mir, denn das ist letztendlich der Weg, der richtig ist. Wenn du das alles aus dir schöpfen kannst, wirklich mit dir im Reinen bist, dann wirst du dir in Zukunft diese Frage gar nicht mehr stellen, warum will mich keiner? Diese Frage, warum will mich keiner, ist eine Frage voller Selbstmitleid, voller, ja, wie so eine Opferrolle, die du einnimmst. Warum will mich keiner? Warum dies? Warum das? Also, bemitleide dich nicht selber, sondern beginn und fang an zu sehen, dass das Leben wesentlich mehr zu bieten hat, wenn du anfängst, die richtigen Schritte zu gehen. Und es ist nicht schlimm, wenn man bisher, ich sage mal, die falschen Schritte gegangen ist oder gar nicht gemerkt hat, dass man ja im Selbstmitleid so ein bisschen rumtümpelt oder dass man selbst so sich zum Opfer des Lebens macht. Das passiert uns allen Mal im Leben, dass wir merken, oh mein Gott, jetzt habe ich mich irgendwie total zum Opfer gemacht, das hätte gar nicht sein müssen, ne? Sondern, dass man dann, dass man das nutzt, das sieht und sagt, okay, ich bemitleide mich nicht mehr selber, ich bin nicht das Opfer in meinem Leben, sondern hey, ich fange jetzt mal an, was zu verändern. Ich habe schon so viele, also wirklich dutzende Frauen begleitet, die dasselbe kennen, dasselbe durchgemacht haben wie du, die dann gesagt haben, so nein, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und ich verändere was. So, was soll das denn? Warum sollte ich jetzt hier mich selbst mitleiden, mir die Opferrolle geben und sagen, oh, ich habe hier eh nur Pech und Männer sind alle doof. Sondern die haben dann gesagt, so okay, Schluss mit diesem Selbstmitleid, Schluss damit, dass ich nicht gut genug bin. Ich will jetzt daran arbeiten, dass ich mich gut genug fühle, dass ich nicht mehr immer nur im Außen suche, was falsch mit mir ist, sondern dass ich einfach mal nach innen schaue, alles heile in mir und dann daten gehe und schaue, wer kommt auf mich zu. Und das ist letztendlich der nachhaltige Weg. So finden Frauen letztendlich auch die Liebe in ihrem Leben. Also wichtig, beginn in deinem Inneren und schau nicht immer nur im Außen und kritisier dich und dein Äußeres nur. Das bringt wirklich gar nichts. Und auch Männer, hak ab die Vergangenheit. Ja gut, dann hat der Mann halt gesagt, du bist nervig, dann hat der Mann halt gesagt, okay, du engst ihn ein und, und, und. Aber dann seh nach vorne und schließ nicht die Augen auch vor der Wahrheit wieder, sondern seh das. Seh das, dass Menschen dir gespiegelt haben, gesagt haben. Ignorier das nicht einfach. Steck dich nicht in deine Opferrolle, sondern schau, dass du jetzt die Schöpferin in deinem Leben wirst und anfängst, etwas zu verändern. Natürlich braucht es ein wenig Mut, aber keine Sorge, das war es auch schon. Du brauchst nur Mut, Mut, Mut zu Veränderung und einfach losgehen. Das war es, mehr brauchst du nicht. Du brauchst nicht sonst was, um an dein Ziel zu kommen. Und wichtig auch da, ne, nimm einfach die Ratschläge an, die du hier auch bekommst, ne, zum Beispiel in diesem Video. Nimm es einfach an und reflektier ganz ehrlich mal dein Leben und schau mal, was davon kann eventuell auch bei dir eingetroffen sein oder was fühlt sich da richtig an. Denn ich gebe dir immer nur natürlich Impulse mit und versuche dich einfach wachzurütteln und dir zu sagen, du kannst die Liebe haben. Denn jeder hat sich die Liebe verdient und jeder kann sie auch bekommen, wenn er jedoch, er muss jedoch wirklich die Augen öffnen und die Wahrheit sehen und sie nicht immer nur verschließen, die Augen vor der Wahrheit und so durch die Gegend rennen und sich dann wundern, warum keiner dich will. Also die Frage, warum will mich keiner, ersetzt du einfach durch, was kann ich tun, um zu wachsen? Was kann ich tun, um einen Mann zu finden, der mich will, beziehungsweise was kann ich tun, um in mir die Liebe zu finden, damit ein Mann mich will in Zukunft? Also denke so, beginne jetzt, verändere jetzt was in dir und du wirst sehen, es wird sich alles ändern, dein ganzes Leben im Bereich Liebe. Also abhaken, Haken hinter, nach vorne sehen. Und wenn du jetzt sagst, okay, finde ich cool, hat mir gefallen das Video, dann kannst du dich auch gerne, wenn du weitere Hilfe willst, bei mir melden. Du findest unten in der Beschreibung einen Link zu meiner Website und da kannst du dich für ein kostenloses Gespräch bei mir eintragen und ich gucke, ob und wie ich dir helfen kann, beispielsweise dein Selbstwertgefühl, deine Selbstliebe wie wir aufzubauen oder das ein oder andere in dir zu heilen, was dir vielleicht aktuell noch im Weg steht, weswegen du ja diese blöden ganzen Sätze und Erfahrungen leider gemacht hast. Denn wie gesagt, eine Frau, die aufgestellt ist, eine Frau, die sich selbst liebt, eine Frau, die aus der Fülle heraus daten geht, die wird auch einen Mann ins Leben ziehen, der ihr genau das geben kann, was sie möchte. Und dann musst du auch keine blöden Tipps mehr annehmen, welche dir einige Dating-Coaches da draußen sicherlich auch schon mal gegeben haben, mach dich rar, melde dich mal drei Tage nicht, mach dies, mach das. Schwachsinn, es ist absoluter Schwachsinn, weil es bringt einfach gar nichts, denn das ist dann wie ein Theaterstück. Du musst dich jedes Mal verstellen, musst immer überlegen, was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen. Du bist immer total unauthentisch und unnatürlich. Man wird sofort merken, dass es gar nicht von dir kommt. Aber wenn du wirklich an der Wurzel arbeitest, also an deiner Selbstliebe, dein Selbstwert, die Liebe in dir entfasst, herausfindest, was ist noch nicht geheilt in mir, dann wirst du diese Kraft eh aus dir selbst schöpfen. Und dann bist du so entspannt beim Daten, dass dieser Mann sich auch mal ein paar Tage nicht melden kann, du es gar nicht schlimm findest und er sich dann einfach meldet. Das ist alles super natürlich und du musst nicht diese komischen Spielchen spielen. Dann kommt das nämlich alles von alleine und du hast so einen Selbstwert, dass du sagst, okay, meldet er sich jetzt nicht dran? Nö, ich mach jetzt was anderes und mir geht's gut. Und dann wird er sich definitiv trotzdem melden. Dann wirst du diese Spielchen nicht spielen müssen, sondern das ist dann einfach in dir. Und du weißt natürlich, wie du handeln sollst. Du weißt natürlich, wie du einen Mann bekommst, der an deine Seite passt. Und das wünsche ich mir letztendlich für dich, dass du das erreichst, ohne irgendwelche Spielchen, die letztendlich nichts bringen, weil du dich so verstellst, dass du nach vier, fünf Tagen eh wieder in deinem alten Ich bist und dann, ja, alles in die Hose geht. Also, ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, falls du meine Hilfe möchtest. Und ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn du weiter bei diesem Kanal bleibst, ihn abonnierst und immer auf dem Laufenden bleibst, wenn ich über das Thema Liebe spreche, um dir zu helfen. Danke fürs Zuschauen.